Ja, da ist mir irgendwie der Livestream abgekackt und ich hab's gar nicht gemerkt. Ja, dann tut mir das leid, dann sind jetzt ein paar Lücken drin. Ich würde gerne mal wissen, wo der abgekackt ist. Ich kann jetzt leider gar nicht sagen, wo der abgebrochen ist, aber warum kackt mir jetzt einfach der Livestream ab? Und ich merke das noch nicht mal. Das ist ja jetzt zur Scheiße gelaufen. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück. Bei Twitch und willkommen zurück bei YouTube. Je nachdem, wo es geschaut wird gerade. Und ja, vielen lieben Dank. Für eure Unterstützung und sorry. Ich hab das gar nicht gemerkt. Ist mir der... Oh, ohne Cola. Ist mir der abgebrochen, äh, der abgebrochen ist. Ja, da ist ja jetzt eine Menge passiert. Wir waren in der Mine und so. Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, wann der abgebrochen ist. Ich werde das nochmal überprüfen. Aber wie gesagt, ich kann ja nochmal sagen, grob geschätzt, was in der letzten Folge war. Falls da jetzt auch kein brauchbares Material noch ist zum Hochladen. Also in der letzten Folge, nochmal kurz gesagt, waren wir im Rathaus. Da hat uns dann halt, äh, Louis gesagt, dass wir das ein bisschen herrichten sollen und so. Und dass wir da auf Rattenjagd demnächst gehen sollen. Ja, dann waren wir in der Mine und da haben wir dann auch noch eine Quest bekommen von, ähm, Marlen. Und zwar sollen wir so und so viel Monster töten, Schleimmonster. Dann würde der uns in unserer Abenteuergilde aufnehmen. Haben wir aber noch nicht geschafft, die Quest. Aber wir sind schon, ähm, zehnten Minusstockwerk. Also wir sind schon zehn Stockwerke unten im Keller runtergekommen in der Mine. Ja, das haben wir gemacht. Und sonst haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Dann haben wir die Lea noch besucht. Ja, mit der hat nur mal kurz gequatscht. Ja, so viel ist jetzt eigentlich noch gar nicht passiert. Und jetzt ist schon wieder viel zu spät. Schon wieder aufhören. Ja, demnächst werde ich mal drauf achten. Aber kam jetzt auch von der Xbox gar keine Meldung, dass irgendwie der Stream abgebrochen ist. Weil das wäre ja ein bisschen blöd, ja. Oh, guck mal, hier. Das ist doch schön. Kriegen wir noch ein Geschenk? Nicht nur ein Fisch, auch ein Geschenk. Ein Schwarzbarsch. Und was kriegen wir als Geschenk? Ein Stück Kohle. Naja, immerhin mal. Ist jetzt nicht so geil, aber auch nicht so, dass ich mich überhaupt nicht freue. Oh, noch ein Geschenk. Schwarzbarsch. Immer nur Schwarzbarsch. Schwimmen hier nur Schwarzbarsche. Ja, und wo ist das Geschenk? Ey, ihr Säcke. Ich hab gar kein Geschenk bekommen. Ich fühl mich verarscht. Ich würde sagen, grünen Alge, äh, aber wie gesagt, ist ja auch mal gut für die Mine, wenn man Energie braucht. Also werde ich die schön farmen. Weil das ist billiges Essen für den Anfang. Da kommt ein Fisch noch und dann müssen wir nach Hause. Müll. Ja, vielen Dank auch. Oh, ist so dunkel. Ist so dunkel. Oh, oh. Ich hoffe, ich schaff's noch nach Hause rechtzeitig. Ich sehe nämlich gar nichts. Okay, 23 Uhr passiert noch nichts. Aber ich glaube, 1 Uhr. 1 Uhr musste, glaube ich, zu Hause sein. 1 Uhr ist dann... Da gibt's dann Erja. Dann kippt da, glaube ich, um. Oh, ist gar nichts, Alter. Ich brauche unbedingt den Ring. Ach, wisst ihr was? Was soll der Geiz? Gute Nacht. Kike, kiki. Okay. Ach, das Unkraut, das muss ich wegmachen. Dass du mir das sagst. Wo war mein... Meine Sensor. Oder muss ich das umgraben? Ich glaube, ich muss das umgraben, wa? Ja. Hä, und kann ich das denn nicht? Was ist das für eine Scheiße hier? Ihr wollt mich doch verarschen. Und kann ich denn das nicht wegmachen? Ah, so geht's. Mit der Hacke, ne? Das macht ja... Das ist so eine Logik, ja? Und die Müll hier weg. Nein! Die Müll. Wird sich Luis morgen auch freuen, heute Nacht so. Oh, ist das so eine Scheiße? Legt ja mir hier Müll rein, ja? Ja, so bin ich. Soll... Soll... so ein bisschen aufräumen gehen wir noch mal angeln ich glaube ich geh noch mal angeln ich geh noch mal angeln noch mal bock zu angeln heute das weg das kann weg das kann weg vorher guck ich aber doch mal wegen der quäste nein da muss ich auch mal wissen wie später ist muss ja noch aufräumen ein halbes stündchen machen wir noch ein halbes stündchen machen wir noch so gesuchter schleimiger zum erlegen von vier grünen schleim in der örtlichen mine dann würde ich sagen auftrag angenommen und dann machen wir doch lieber das noch mal zurück dann machen wir doch lieber das einmal in die truhe gegriffen so schwert brauchen wir spitzhacke brauchen wir und dann nehmen wir uns noch was zu snacken mit für den fall der fälle ach guck mal hier haben wir noch was das ist schön und da kann ich auch noch was pflücken mensch ich will wieder saad machen ach jetzt bin ich blöd gelaufen hallo opi bist du gekommen um dich über mich lustig zu machen nein ich wollte dich nur grüßen mein lieber ich bin kein mobber So, das müsste doch der Schleife sein, oder? Au! Was ist das? Hau ab! Mann, was hält der blöde Schleife da aus? Oh, ein Erdkristall. Kann ich ja Gunther doch noch ein Erdkristall geben, siehst du? Den undankbaren Gunther. Oh, fies! Was kommt denn hier alles? Was? Das hat er als ein Scheiß-Ausflieger. Pick. Pick. Braucht nicht schon wieder so einen Maulwurf hier. Alter, ich krieg hier ein Damage. Guck mal kurz, ob das erledige Monster... Achso! Schon fertig. Ja, dann rede ich aber morgen mit Luis. Ich will jetzt hier noch drinnen bleiben. In einer Mine. Oh, oh, falsche Waffe. Man lächst tot. Oh, man kann sich... Oh, kann ich bewegen hier richtig. Alleine können sie gar nichts, aber in der Masse sind sie schwierig. So, gib mir eine Alga. Bisschen meiner Energie aufzufrischen hier. Oh, man muss hier... Ey, die Nerven. Stopp doch endlich! Oh, man muss hier... Ja, dann noch nicht mal Loot, Alter, Drecksvieh. Ein Hard auf der Eier gehen, aber dann noch nicht mal was dafür kriegen, ja? Geben. So haben wir das, Jana. So und nicht anders. Oh, oh. Was ist das, Alter? Ich hab Angst. Was ist das? Alter, das hat mir Energie abgezogen. Oh, ich seh nix. Ich seh nix. Ich hör nix. Oh, jetzt kommt noch so ne Scheiß. Scheiß aus. Liege hier. Gib mir doch ne Leiter. Ich hab so viel Energie. Na, komm. Lass mich in Ruhe. Ach, du Schwein. Ach, Mensch. Christian. Christian, wach auf. Ach, guck mal. Linus hat mich gerettet. Ich hab dich ohnmächtig in der Mine gefunden. Du hast Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Linus. Du bist der Beste. Pass beim nächsten Mal auf. Ein bisschen auf, okay? Ja, danke Linus. Aber wo ist mein Inventar? Mein Inventar ist jetzt bestimmt leer. Äh, ich habe wohl... Oh, Natki verloren. Und die Quest ist jetzt auch für'n Arsch. Oder? Nee, rede mit Luis. Oh, ist das fies. Ist das fies, ja. Und 100. Och, 100 Gold sind weg, ey. Wenn der da gießt, komplett runter. Diese scheiß Monster, ja. Also, 100 G am Anfang, das tut extrem weh. Das tut extrem weh. Das ist ein richtig schöner Tritt in die Eier gerade für mich. Oh, wenn man hier mal für andere die Drecksarbeit macht. Das hat man davon. Das hat man davon. Hä, sieht noch einen weiteren düsteren Tag aus. Wo war denn Luis eigentlich? Luis, wo war denn Luis nochmal? Der Strand ist ein cooler Ort, Zeit zu verbringen und ein paar Sonnenstrahlen zu fangen. Das glaube ich dir. Lass dich nicht von meinem Mann, George, stören. Er ist nicht sonderlich freundlich zu Fremden. Ich auch nicht. Hier wohnt Luis. Hier wohnt Luis. Luis, 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 Luis. Guten Abend. Ah, ich hör'n. Du hast uns bei unserer Schleim... Unseren Schleimproblemen geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können in Gruppe ziemlich gefährlich sein. Ja, hab ich gemerkt. Äh, es sollten dank deiner Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. Danke dir. Oh, ne Bombe habe ich bekommen. Ne Bombe. Ne Bombe. Die werde ich mir aber aufheben. Gut, dass sie noch ins Inventar reingepasst hat. Weil wenn ich den Schleim nicht verloren hätte... Dann hätte das nicht mehr reingepasst. Das hätte da nicht so gepasst. Dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm-dimm. So, das da rein, das da rein, das da rein. Das hier rein. Das kriegt Gunther morgen. Gute Nacht. Oh, neues Herstellungsrezept. Robuster Ring. Null für den Müll, ist klar. Dass dein Schwert ist. Kikeriki. Guck mal, ich finde ihn. Oh. Hallo, X-Tierre. Siehst du den Hund hier? Wuff. Ich habe ihn an deiner Hofeinfahrt gefunden. Ich glaube, er ist ein Streuner. Armes, kleines Ding. Er scheint hier... Er scheint ihm hier zu gefallen. Äh, 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 meinst du nicht, dass dein Ruf einen guten Hund gebrauchen könnte? Siggi. Äh, nö. Warte mal, da fällt uns was Besseres ein. Äh, wir nennen dich, ähm... Nenn ich ihn denn? Was ist ein cooler Hundename? Äh, man. Check. 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 Komm her, Jack. Sei ein braves Hündchen, ja? Und nein, das hat jetzt nichts mit Avatar zu tun. Jack ist einfach ein cooler Name. So. So, den Hund, den müssen wir eigentlich nur mit Wasser versorgen. Wir können uns an ihn auch freuen. Aber ich habe auch noch nicht so weit gespielt, also... Ich würde nicht prangern, wenn ich jetzt irgendein Bullshit rede. Also ich denke mal, der wird noch eine Rolle spielen, aber ich weiß es halt nicht. So, wir wollen ins Museum. Das werden wir auch machen. Das weg. Und dann würde ich sagen, angeln wir heute noch ein bisschen. Das weg. Das gehört woanders hin. Das kann hier rein. Na, warte mal. Wenn der schon fertig ist, dann... Dann... Ja. Gönne ich mir nochmal. Dann haben wir die heute noch fertig. Benötigt fünf Erze frisst der, okay. Na gut, das macht Sinn. Na, dann machen wir erstmal eine Pause. Dann habe ich erstmal geniegt, dann freue ich mich. Der kommt hier rein. Oh, der kann auch erstmal weg. Dann haben wir mehr Platz für Fische. Ich wäre schwarzbarsch. Für Haleigh. Haleigh. Die nehme ich an. Weil schwarzbarsch habe ich. Muss ich nochmal zurück. Aber egal. Ist ja für einen guten Zweck. Wir kriegen Geld dafür. Und... Wir kriegen Anerkennung dafür. Da laufe ich gerne nochmal für zurück. Hier den Narzissen. Die nehmen wir auch mit. Die brauchen wir auch... Äh... Das mache ich. Können wir auch nochmal vorher kurz auf die Karte gucken. Äh... Mann, das Ranch. Jordi. Ken. Sam. Wer wollte die jetzt haben? Haleigh. Also in der Weingasse wohnt die Haleigh. Okay. In der Weingasse. Ja, und wegen Sova. Deswegen hebe ich den Fisch nämlich immer gerne auf. Schwarzbarsch. Schwarzbarsch. So, du bist. Ja, ja, ja. Ja, ja. Haleigh, Haleigh, wo bist du? Kurz nochmal auf die Karte gucken. Also hier unten. Äh, ich will nach Käfer suchen, aber Mama wird bitte, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? Äh, keine Käfer suchen. Äh, ja. Die mag mir nicht. Haleigh, wo bist du? Müsst nicht gucken, wenn du mit Haleigh befreundet. Ach, Haleigh war hier die, die High Society. Was würden die mitwischen? Gucken, wann die rauskommt. Wäre cool, wenn du mal rauskommst, weil ich habe was Geiles für dich. Aber die steht wahrscheinlich den ganzen Tag nur vor dem Spiegel und... Hach, bin ich toll! Nur, dass man hier nicht anklopfen kann. Man muss wirklich schon mal warten, bis die, äh, rauskommen. Äh, die, die... Komm raus! Muss ich jetzt echt die ganze Zeit vor ihrem Zimmer stalken? Törtchenmilch. Ein dicht verschlossenes Glas. Kann ich hin und China-Salat. Hm. Hey, Lee. Du bist nicht gut genug mit Emily befreundet. Und ihr schlaft her. Wann kommen denn die raus? Da steht die den ganzen Tag vor dem Spiegel. Ich wette mit dir, die steht jetzt den ganzen Tag da. Ach, ich bin so schön. Oh, ich habe einen Pickel. Oh mein Gott. Fuchteln mit Zweck. Moderne Annäherung an die Kunst und des Tanzes. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie. Hier, ich habe einen Fisch. Oh, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Hihihi. Ich bin so glücklich. Ja, ich bin auch glücklich. Weil ich habe wieder eine Quest abgeschlossen. Jetzt kann ich zu Gunther und dann werde ich noch ein bisschen angeln. Gunther. Der holt sich bestimmt einen. Teel. Du, 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 du. Oh, lauter Narzissen hier. Ja. Du, 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 du. Du, 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 du. So, Gunther, mein Freund der Sonne. Ans Museum spenden. Einen Erdkristall. Oh, neue Belohnung. Ich fasse es nicht. Man kriegt ein Dankeschön, ja? Oh mein Gott. Belohnung abholen. Oh, Blumenkohlsaat. Pflanze. Braucht zwölf Tage, um einen großen Blumenkohl zu produzieren. Na, da muss ich erst mal auf den Tarot gucken. Weil ich glaube... So viel Zeit ist da nicht mehr. Na, da muss ich im Dorf mal hier bei Pierce mal gucken auf die Karre. Wenn nicht, würde ich den noch einpflanzen, aber... Uppi, mach mal Platz hier. Ja, das habe ich ja gemacht, aber... Wird gerne mal auf die Karte gucken. Oh, es gibt nichts besseres als ein starke Tasse Kaffee am Morgen. Ja, dann hol dir einen Kaffee, ich muss da ran. Du Angst. Dafür kommst du in die Hölle. Geh da jetzt mal weg, Luis. Das Gemeindehaus brennt. Du musst da hin. Ich verprügel gleich mit meiner Angel, ja? Ach, was soll's. Dann gehen wir nachher da hin. Dann gehen wir nach, und dann gehen wir nachher. Dann gehen wir nachher. Oh, ein Geschenk. Nein! Das ist fies. Warum muss das unten abprallen? Ich bin so gierig. 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 Ich bin so gierig auf Geschenke. Und jetzt beißt hier kein Fisch an. Jetzt guck ich mal, ob der blöde Luis da immer noch steht. Wenn ja, dann krieg ich die Krise. Ich muss nämlich an die Karte. Und er ist weg. So, Frühling. Wir haben den Zehnten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also wir haben den Zehnten quasi. Und heute hat Winston Geburtstag. Was mag Winston? Da kann ich mal gucken. Vielleicht kann ich den auch bescheren. Vielleicht habe ich da was für den. Und jetzt müssen wir erst mal warten. Auf jeden Fall können wir den Blumenkohl noch anpflanzen. Das ist doch nicht so schlecht. Das werden wir auch machen. Das werden wir auch machen. Ich muss erst mal kurz den Guide hier öffnen auf dem Handy. Und dann... Der hat heute Geburtstag. Was mag der? Weintraum? Schnecke? Das habe ich alles nicht. Das ist blöd. Komm mal, Jordi. Ein Heli. Hayley. Was will die haben? Kokosnuss, Obst, Salat, pinke Torte. Es war mir so klar, dass die... Dass die da so... Dass die wieder richtig geilen Scheiß will hier. Na, ich glaube, mit den Geschenken, das brauchen wir noch nicht machen. Das hat man doch alles nicht. Aber egal. Wir können den Blumenkohl anpflanzen. Wir können den Blumenkohl anpflanzen. So, und das werde ich auch machen. Werde ich mal die röstliche Energie noch nutzen. Ich glaube, das erste Jahr, da wirst du noch keine Geschenke machen. Man hat ja nichts. Ich kann mich glücklich schätzen, wenn ich eine Quest erledigen kann. Aber... So an sich. So. Dann gucken wir mal. Ein bisschen Dünger hatten wir ja auch, wa? Aber Dünger können wir eigentlich auch herstellen. Kann ich den schon herstellen? Wildsaat. Für Dünger brauche ich einfach nur Harz? Ist das dein Ernst? Da habe ich doch genug. Da habe ich doch genug. Machen wir mal gleich noch ein Stück hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacke. Ich würde dann die Ernte nämlich ein bisschen geiler. Lecker. Lecker Blumenkohl. Ich gieße gerade gar nicht da. Huh? Hah. Ja, genau. So, ist doch schön. War gut, wenn man ab und zu mal ein bisschen Samen geschenkt bekommt. Dann braucht man nämlich nicht so viel kaufen. Man kann erst mal sparen. So, der Fisch kommt wieder rein in die Truhe. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen angeln können. Ich denke mal, es lohnt sich nicht, aber egal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ist ja alles verschwendet, Zeitverschwendung. Alles Zeitverschwendung. Also bis jetzt brauche ich hier die Energie aus der Sauna noch gar nicht. Bis jetzt komme ich eigentlich immer ganz gut über den Tag mit meiner Energie. Ist natürlich für die Mine geil, aber... Aber wenn du da erstmal drinne bist in der Mine, dann hast du auch keinen Bock nochmal rauszugehen und in die Sauna. Jetzt beißt keiner an. Das ist doch Mobi. Jetzt wo ich so wenig Zeit habe. Nein. Ich hab das Geschenk nicht bekommen. Ich hab das Geschenk nicht bekommen. Eine Brosse. Eine Brosse. Eine Brosse. Eine Brosse. Una Brosse. posición, Online Blitz, Mal. komm hoch zum geschenk nicht runtergehen du bist doch scheiße mal will er mich verarschen jetzt reicht es mal hier das wird scheiß fisch geschenk habe ich mal keine faxen hier mit papa alter hat ihn fast weiß sieht einfach aus aber ist nicht einfach und 30 zentimeter fisch macht ihr so ein aufstand ja das kriege ich ein stück holz da ist das erzählt fucking ernst kannst du dir in den arsch stecken naja egal gut leute und ich werde jetzt erst mal feierabend machen für heute weil ich noch zu tun habe ich hoffe euch hat es gefallen lasst auf jeden fall liebe da bei youtube würde ich mich mega freuen schreibt gerne was runter ich werde euch antworten und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt study valley seid auf jeden fall wieder dabei ich würde mich mega freuen und damit sage ich gute nacht hallo jetzt will er nicht jetzt will er nicht gute nacht oh neues rezept über lebensböcker gute nacht gute nacht und